Und das ist schon eine der ganz, ganz wichtigen Fragen, wenn man eben familienstrategisch das Unternehmen aufstehen will, weil man natürlich klären muss, wie soll denn die Familie jetzt gegenüber dem Unternehmen positioniert sein? Ja, und in dem Augenblick, wo das nicht mehr alles durch eine Person ausgeübt wird, klaffen natürlich Rollen, Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse oftmals auseinander. Am Ende des Tages kann ein Familienunternehmen langfristig genau dann überleben, wenn es eine gut funktionierende Eigentümergemeinschaft hat und die setzt sich ja im Kern eben aus Familie zusammen. Also ist das eigentlich die beste Investition, weil so ein Familiengremium kann durchaus, wenn man das mit einem entsprechenden Aufgabenspektrum auftragt, da braucht es dann schon einiges an Aufwand, wenn man es richtig professionell managen will. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, die lassen sich das auch was kosten, weil sie sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass der Zusammenhalt des Familienkreises, des Eigentümerkreises automatisch passiert. Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Und ich sage heute direkt sofort herzlich willkommen, lieber Tom Rüsen. Ja, hallo. Denn du bist nun schon hier bekannt im Podcast aus vorigen Episoden zum Thema Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, weshalb ich heute gleich zum Einstieg mal die Frage stellen möchte, wie ist denn so dein Sommer? Ja, der ist sehr abwechslungsreich. Ich war ja vor einiger Zeit in Südostasien unterwegs, darüber hatten wir schon vorher gesprochen. Und jetzt bin ich tatsächlich in Norddeutschland unterwegs und lerne die Ostsee kennen auf dem Fahrrad. Ich war bei der Nordart. Das ist eine sehr schöne Kunstausstellung, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Also jetzt genieße ich wirklich ein bisschen die Heimat und finde viele schöne neue Dinge heraus, die ich gar nicht wusste. Und es lohnt sich mal, auch mit dem Radl unterwegs zu sein. Ja, sehr schön. Ja, ich fahre auch nochmal an die Ostsee. Nächste Woche freue ich mich auch nochmal drauf. Also ein schöner Sommer, so kommt es mir vor. Wir setzen heute unsere Reihe zum Wittner-Modell der Familienstrategieentwicklung fort und nochmal kurz zur Wiederholung. Das Modell basiert auf Analysen von etablierten Familienmanagement-Systemen und Familienverfassungen und natürlich auch Forschungsprojekten des WIFU. Zum Beispiel die Analyse von 50 großen und alten Familienunternehmen in Deutschland. Und dieses Wittner-Modell der Familienstrategieentwicklung umfasst zwölf Themenfelder, die aufeinander aufbauen können. Und jeder Baustein behandelt eine zentrale Fragestellung, die durch die Unternehmerfamilie im besten Fall geklärt werden sollte. Und bereits besprochen haben wir hier im Podcast die Themenfelder 1 bis 5 und setzen heute weiter fort mit Themenfeld 6. Und da geht es um die Installation von Gremien. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann sowohl auf der Unternehmensseite als aber auch auf der Unternehmerfamilienseite. Lieber Tom, nimm uns doch mal mit. Was ist denn jetzt hier wichtig bei dieser Station, bei diesem Thema Installation von Gremien? Ja, das ist nämlich ein ganz entscheidender Teil. Man spricht ja auch landläufig immer von einer Governance, von einer Führungs- und Steuerungsorganisation. Und meistens hat man noch ein Bild davon, dass eine Geschäftsführung irgendwie beaufsichtigt werden muss. Also man kennt das aus den klassischen Unternehmen, wenn der Eigentümer nicht gleichzeitig auch der Geschäftsführer oder Vorstand des Unternehmens ist, dann hat man oftmals ein Kontrollorgan dazwischen. So, das heißt, die Eigentümer beauftragen jemanden, ihr Eigentum zu sichern und zu gucken, dass die Geschäftsführung, die die Geschäfte führt, auch im Sinne der Eigentümer dies tut. Das ist die ganz klassische Entstehungsgeschichte von solchen Corporate- oder Unternehmens-Governance-Systemen. Ja, das ist bei Familienunternehmen oftmals gar nicht gegeben, weil das in einer oder in mehreren Personen existiert. Ja, also es gibt den Gründer, warum sollte der sich jetzt kontrollieren lassen? Oder es gibt zwei Brüder, die den Unternehmen erben oder vier Cousinen und Cousins. Und dann ist es erst mal die Frage, warum macht es denn eigentlich Sinn, hier so auf der Unternehmensseite so ein Gremium zu etablieren? Und das ist schon eine der ganz, ganz wichtigen Fragen, wenn man eben familienstrategisch das Unternehmen aufstehen will, weil man natürlich klären muss, wie soll denn die Familie jetzt gegenüber dem Unternehmen positioniert sein? Ja, und in dem Augenblick, wo das nicht mehr alles durch eine Person ausgeübt wird, klaffen natürlich Rollen, Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse oftmals auseinander. Aber selbst bei einem Gründungsunternehmen, wo es vielleicht die Gründerfigur gibt, kann es gar nicht schaden, sein solches Gremium zu etablieren, weil man durch so ein Gremium, wenn man es vernünftig besetzt, auch strukturell blinde Flecken versucht zu verhindern. Also es gibt ja mittlerweile viele Gründer, die sagen, nee, ich weiß nicht alles, ich habe zwar eine Idee, aber es ist eigentlich gut, mir eine strukturierte Form von Rat und kritischer Reflexion meiner Unternehmensstrategie, meiner Entscheidungen, Umgang mit Trends, mit Wettbewerbsdynamiken und so weiter zu organisieren und installieren dann ein solches Gremium. So, das ist sozusagen schon, da gibt es auch aktuelle Studien zu, die zeigen, dass solche Aufsichts- und Beratungsgremien oder Beiratsgremien auf dem Vormarsch sind. Das macht jetzt vielleicht nicht in Kleinstunternehmen unbedingt Sinn, aber auch die haben oftmals über die Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern meistens solche vergleichbaren Institutionen, wo sie sich strukturiert Rat holen, aber bei größeren Unternehmen ist das eigentlich eher der erklärungsbedürftige Ausnahmezustand, wenn man so ein Gremium nicht hat. Nicht hat, genau. Ja, dann ist es ja, genau. Und du hast jetzt ja auch schon verschiedene Begriffe ins Feld geführt, also zum Beispiel Beirat. Und in dem Wort Beirat steckt ja irgendwie auch Rat geben oder so. Aber es gibt ja auch Beiräte, die durchaus auch Kontrollfunktionen übernehmen, oder? Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie-better.org Genau, also da muss man eben genau gucken, wie stark will man hier die Machtbalance herstellen zwischen der Geschäftsführung und zwischen dem Beirat. Und spätestens dann, wenn zum Beispiel das Familienunternehmen rein familienextern geführt wird, ändert sich oftmals der Charakter von so einem Beiratsgremium. Ja, also wir müssen vielleicht noch eine Sache unterscheiden. Es gibt einen Aufsichtsrat und es gibt einen Beirat und ein Aufsichtsrat ist ein feststehender, definierter Begriff. Das ist nämlich von der Rechtsform der Aktiengesellschaft oder einer sogenannten großen GmbH vorgegeben. Da haben dann die dort sitzenden Personen ganz klare Kontrollrechte und der Vorstand beziehungsweise die Geschäftsführung kann nicht machen, was sie will. So bei einem freiwillig eingerichteten Beiratsgremium ist immer die Frage, wie viel Macht und wie viel Zustimmungspflicht will man in so ein Gremium hinein verlagern. Was wir kennen, meistens verwandeln sich solche Gremien über den Zeitverlauf. Das heißt, sie werden vielleicht von der Gründerperson oder der Vertreterung der dritten Generation oder was auch immer installiert mit der Idee, sich strukturiert Rat zu holen. Und irgendwann gibt es einen Grund zu sagen, Moment mal, die sollen nicht nur mir Rat geben, sondern die sollen auch kontrollieren und zustimmen müssen. So meistens ist der Fall gegeben, wenn entweder keiner aus der Familie mehr in die Geschäftsführung eintritt und die Geschäftsführung rein familienextern besetzt ist. Dann ändert sich typischerweise der Charakter und das Gesicht dieses Beiratsgremiums. Dann bekommt er nämlich zustimmungspflichtige Vorgaben. Also in der Satzung wird dann der Geschäftsführung gesagt, bei der und der Größenordnung die Planung muss abgestimmt werden. Größere Investitionen bei Personalangelegenheiten auf der Führungsebene muss der Beirat angehört werden und so weiter und so fort. Also das ist häufig der Fall, weil dann will sich die Eigentümerfamilie schon noch stärker engagieren. Oder wenn sozusagen Teile der Familie nicht mehr in der Führung des Unternehmens aktiv sind. Man denke an ein Stammesunternehmen und ein Stamm, der vielleicht zwei, drei Generationen immer noch selber einen Vertreter, eine Vertreterin in der Geschäftsführung hatte, ist nicht mehr vertreten. Und dann meistens dann wird gesagt, damit da auch eine vernünftige Balance zwischen den aktiven, operativ tätigen Gesellschaftern und den nicht mehr operativ tätigen Gesellschaftern gewährleistet ist, hat dieser Beirat, dieses Beiratsgremium dann eine kontrollierende, aufsichtsführende Rolle. Deshalb wäre hier immer die Frage auch an den Berater, wenn man in ein Unternehmen hineingeht oder sie, sich die Frage zu stellen, gibt es dort ein solches Gremium? Meistens kann man schon auf dem Briefpapier erkennen, ob da irgendwelche Beiratsrollen aufgeführt sind oder auf der Homepage. Und wenn man das nicht sehen kann und man nachfragt, dann bekommt man meistens dazu eine Antwort. Warum ist das gerade für Berater wichtig? Natürlich, die Art und Weise, wenn man einen strukturierten Rat hat über ein Beiratsgremium, gibt es auch Auskunft darüber, wie sehr man eigentlich mit Ratgebern oder wie sehr man bereit ist, Raten von externer Seite anzunehmen. Also da würde ich eine kleine Prüfrunde drehen, um zu gucken, wenn es nämlich kein Beratungsgremium gibt, kein Beirat, dann muss man sich die Frage stellen, wie gut kommt dann hier die Geschäftsführung der Eigentümerfamilie eigentlich mit externen Rat klar. Also das vielleicht sozusagen als eine Optik, auf die man, was das Governance-Thema schauen sollte. Das Zweite, was hier ganz wichtig ist, wer sitzt denn da? Wer sitzt denn in so einem Beiratsgremium? Sind das reine Repräsentanten von unterschiedlichen Familienzweigen oder sitzen dort auch externe Kompetenzträger? Wie alt sind die eigentlich? Sind das die ehemaligen Geschäftsführer und ihre Jagdfreunde, sage ich jetzt mal? Also sitzt dort sozusagen eine 65-plus-jährige Mannschaft zusammen und da sitzt dann eine 30-, 40-jährige Geschäftsführung und will die überzeugen, jetzt zum Beispiel eine Digitalisierungsstrategie umzusetzen. Also wie ist dieser Beirat, wie ist das Beiratsgremium zusammengesetzt? Ist das auch divers zusammengesetzt? Ja, also was zum Beispiel Mann-Frau angeht oder wenn es ein international agierendes Unternehmen ist, sitzen da nur deutsche Vertreterinnen und Vertreter und der Umsatz des Unternehmens wird aber zu 90 Prozent im Ausland gemacht. Ist das dann eigentlich noch angemessen? Also da muss man auf viele unterschiedliche Faktoren schauen, um zu gucken, ob so ein Gremium eigentlich die Bedürfnisse des Unternehmens nach Perspektiven von außen vertritt. Deshalb stellen wir immer die Frage, wenn es um die Einrichtung eines solchen Gremiums geht, was soll das eigentlich genau der Geschäftsführung beziehungsweise den Eigentümern für eine Funktion sein? Ja, sollen die, sollen die Dinge, Kompetenzen, Netzwerke, Erfahrungen mitbringen, die in der Geschäftsführung so nicht vorhanden sind? Ja, zum Beispiel man hat ein starkes, zum Beispiel China-Geschäft oder Südamerika-Geschäft, ja, oder will es aufbauen, ja, oder will verlagern, ja. Macht es dann nicht Sinn, sich jemanden in den Beirat zu holen, der das selber als Geschäftsführer, Geschäftsführerin schon drei, vier, fünf Mal gemacht hat, weil er in einer Branche tätig ist, wo das vielleicht schon Gang und Gäbe ist, ja. Oder das berühmte Thema Digitalisierung, ja, wir haben festgestellt, dass die Digitalisierungskompetenz in Beiratsgremien, etablierten Beiratsgremien oftmals gar nicht vorhanden ist, weil man dort eben nicht Leute hat, die sich damit gut auskennen, ne, oder Personalthemen oder, oder, was eben jetzt gerade die Fragestellung des jeweiligen Familienunternehmens ist. Also, wie ist es zusammengesetzt? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wird in diesem Gremium eigentlich der Vorsitzende gewählt, ja, und das hängt jetzt wiederum total von der Familienkonstellation ab. Wenn die Familie komplett in der Geschäftsführung sitzt, dann macht es vielleicht eher Sinn, dass der Beirat familienextern dominiert ist, ja, und vielleicht sogar einen familienexternen Vorsitzenden hat, ja, weil sonst müsste Familie über Familie richten und kontrollieren, was mitunter schwierige Bruder, Onkel, Neffen, Nichten, Dynamiken hervort. Also, da muss man sehr genau gucken, wer sitzt da von den Kompetenzen her, aber haben wir hier irgendwelche Familienverflechtungen, auf die man achten muss? So, ne, und natürlich, welche Themen beschäftigen das Unternehmen? Und die dritte Frage ist dann natürlich, wenn man sich mit externen Kompetenzen bestücken möchte, wie häufig treffen wir uns, was erwarten wir dort auch von unseren Beiräten und Beirätinnen, ja, was sollen die da an Zeit mitbringen? Ja, ich kenne Gremien, da sind sehr hochkarätige Leute und die treffen sich dreimal im Jahr von neun Uhr bis mittags. Dann frage ich mich natürlich, wie kann man dreimal wirklich intensiv strategische Entwicklungen diskutieren? Ja, meine Erfahrung von wirklich hochprofessionell funktionierenden Systemen ist eigentlich eher die, dass man sich einmal im Quartal trifft und darüber hinaus noch auf eine Strategieklausur mit der Geschäftsführung für zwei, drei Tage begibt. Ja, also das heißt, der Zeitaufwand ist dann eher so was acht bis zehn Tage, wenn man vielleicht noch die Vorbereitungszeit dazu rechnet. Ja, so, und wenn man dann auf so ein Zeitbudget guckt von zehn Tagen, sage ich mal, im Jahr, das können natürlich nicht unbedingt alle Leute leisten, die selber in einer geschäftsführenden Rolle sind. Ja, da muss man gucken, ist das eigentlich ansatzweise leistbar? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was sind wir denn bereit, hier einen Beirat dafür als Vergütung zu bezahlen? Da muss man natürlich sagen, da erlebe ich doch immer wieder eine bemerkenswerte Perspektive, wo gesagt, so ist doch eine große Ehre für uns, in den Unternehmen zu arbeiten und so weiter und so fort. Eigentlich müssen wir das doch gegen eine kleine Aufwandsentschädigung machen. Und da kann ich natürlich nur sagen, who pays peanuts should not wonder if he gets monkey. Ja, genau. Ja, es ist ganz spannend, weil ich komme mal wieder mit einer kleinen Geschichte um die Ecke. Ich habe nämlich tatsächlich vor einiger Zeit auch mal so eine Anfrage bekommen, in so einen Beirat zu gehen. Und zwar ging es da auch ganz gezielt um so Change und Veränderungskompetenz, die dort wohl gefragt war. Auch ein sehr großes Familienunternehmen und auch wirklich vor großen Veränderungen stehend. Und dann bin ich zu diesen Zwecken in die Schweiz eingeladen worden. Dann haben wir uns da getroffen und dann eben auch mit den beiden Inhabern. Und dann war nämlich genau das dort die Erwartung, so nach dem Motto, naja, Sie können, das ist doch eine große Ehre. Schauen Sie mal, jetzt haben wir Sie hier in die Schweiz und überhaupt. Und ich meine, also von Honorar war das nicht die Rede. Das war das eine, was mir noch als interessanter Fakt in Erinnerung ist. Da gab es noch ein paar andere. Aber genau, also kann ich bestätigen. Ja, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wahrscheinlich haben die als Familie selber dort in dem Beirat gesessen und sich nie selber ein Honorar dafür bezahlt. Ja, aber was, also ehrlich gesagt, sind diese Dinge eigentlich, ist es dann auch abzuraten, in so ein Gremium zu gehen, weil das Professionalitätslevel ist dann sehr, sehr gering. Denn wer kann ernsthaft glauben, dass jemand, der gut unterwegs ist in dem, was er tut, freiwillig, umsonst in so einer Organisation tätig ist. Wenn das eine Charity-Organisation ist, da mag das was anderes. Da ist wieder mal klar. Das mache ich gerne, weil das mir eine Frage der Ehre ist. Aber meine private Zeit, die ich ansonsten zu Markte tragen kann, der Ehre halber für irgendein Unternehmen, was am Ende des Tages Gewinne erzielt und Ausschüttung und Dividenden für die Aktionäre, das ist unlogisch. Aber gut, da muss man dann auch sehr, sehr deutlich machen. Die Frage ist immer, was ist angemessen? Und tatsächlich gibt es aus meiner Sicht eine gute Faustformel, indem man einfach sagt, was verdient die Geschäftsführung im Durchschnitt? Das kann man ja sehen. Man kann ja sagen, das ist die Vergütung einer Geschäftsführung, geteilt durch 220 Arbeitstage. Dann kommt man eigentlich auf den Tagessatz einer Geschäftsführung. Da muss man dann immer gucken, wie man Tantiemen berücksichtigt oder nicht. Aber das ist so eine Faustformel. Und dann kann man diesen Tagessatz mit dem vermuteten Zeitaufwand des Beiratsmitgliedes multiplizieren. Und dann kommt man eigentlich auf eine angemessene Größenordnung, dass man zumindest in etwa die gleiche Vergütung bezahlt wie der Geschäftsführung. Weil meistens sind das ja auch Personen, die auf Geschäftsführungslevel anderweitig unterwegs sind. Und dann muss man eben gucken, gibt es da Abschläge oder ist das… Also das wäre so eine erste Näherung. Und will man dann so ein Beiratsgremium auch an irgendwelche Ziele, Zielsetzungen knüpfen, an denen man das Management knüpft, da muss man immer genau gucken, ob man die Leute dann nicht viel inzentiviert. Weil der Beirat sollte ja eher auch ein Kritiker sein, aus Wachstums- oder Übernahme- oder sonst was Ziele sind. Sondern die sollen eigentlich immer eher gucken, Moment, woran habt ihr alle nicht gedacht? Oder die kritischen Fragen stellen, die sich sonst ein Management eigentlich nicht stellt, weil es einem Bonus hinterher tut. Also da muss man sehr genau gucken. Ich bin eigentlich eher für eine ordentliche, gute Vergütung. Und dass die durchaus es sich auch leisten können, kritisch zu sagen, nö, wir halten diese Idee des Managements langfristig nicht für sinnvoll. Und die nicht noch daran inzentivieren, weil dann rennen alle in eine Richtung und keiner kontrolliert wirklich für die Eigentümer die langfristige Nachhaltigkeit. Also das vielleicht sozusagen als Argumentperspektiven, was diese Unternehmenseite hat. Genau. Und jetzt haben wir noch die Familienseite. Und auch da gibt es die Idee, es könnte ein Familiengremium geben oder Familienverantwortliche geben. Und ich könnte mir vorstellen, das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn eben die Unternehmerfamilie auch sehr groß ist, sodass vielleicht auch gar nicht alle da aktiv werden können. Oder wann macht das Sinn? Ja, also ich sage mal, normalerweise gibt es diese Figur, den Kümmerer, die Kümmererin. Das ist meistens schon in Generation 1 da. Das ist historisch gesehen, war das immer die Unternehmergattin. Die hat dafür gesorgt, dass die Familie zusammenstand. Teilweise hat die auch im Unternehmen irgendwie versucht zu kompensieren. Aber die klassische Situation der geschäftsführende Gesellschaft da auf der einen Seite und dann die Familie auf der anderen Seite. Und den Zusammenhalt der Familie hat historisch immer die Mutter, die Gründergattin, die Großmutter. Also haben eher die weiblichen Familienmitglieder sichergestellt. So, jetzt wächst so eine Familie. Und dann ist immer die Frage, wer kompensiert auch hier? Mal angenommen, es gibt dann den Vater und die drei Söhne, wenn man ganz klassisch sieht, die im Unternehmen tätig sind. Und dann gibt es plötzlich Enkelkinder, also Cousinen und Cousins in der dritten Generation. Und wer kümmert sich denn jetzt, dass die sich verstehen, dass die einander kennenlernen, dass man eben irgendwie im Großen und Ganzen den Zusammenhalt pflegt. Es sind dann meistens am Anfang immer noch die Mütter, Schrägstrich Großmütter, also die Gründergattin, ja, in diesem Generationenschema. Irgendwann sind die aber alt oder versterben. Und wenn dann nicht in der Generation zwei irgendeine Figur oder mehrere sagen, komm, wir müssen jetzt eigentlich das kompensieren, dann fällt da was weg und die Familie fängt an, auseinanderzudriften. Also ich habe das ganz häufig, wenn ich mich mit diesen Fragen mit einer Unternehmerfamilie beschäftige, dann frage ich immer, wer hat sich eigentlich in der Vergangenheit um den Zusammenhalt der Familie gekümmert? Und wo wurde das praktiziert? Und dann kommen ganz oft Geschichten von gemeinsamen Weihnachtsfeiern oder gemeinsamen Familienurlauben oder Sommerfesten. Meistens haben die irgendein Anwesen oder ein Haus am See oder was auch immer. Und da gab es dann eben diese regelmäßigen Familientreffen, die einfach qua Geschichte aus der Kindheit einfach fortgesetzt worden sind. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man das nicht mehr dem Automatismus überlassen kann, sondern dann, die Familie wird größer, es gibt mehr Anteilseigner, die driften auseinander. Der eine zieht nach Norden, der nächste nach Süden. Und plötzlich muss man künstlich an dem Zusammenhalt der Familie arbeiten. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo dann aus dieser Einkümmererfigur, die das so nebenbei macht, qua Familienrolle und Zuschreibung, kommt man auf den Trichter, dass man sagt, naja, irgendwie brauchen wir eine eigene Familienorganisation. So, und dann ist der Moment gekommen, Familienorganisation fühlt sich erst mal befremdlich an. Ja, was sollen die denn machen? Ist das jetzt hier das Eierkomitee für irgendwelche Kaffee trinken? Und dann muss man sich die Frage stellen, naja, was haben wir denn bisher erkannt? Worum geht es denn eigentlich? Und dann fängt man plötzlich an festzustellen, stimmt. Wir kommen später ja noch zu dem Thema Gesellschafterkompetenz, aber das ganze Thema, wie wollen wir eigentlich gucken, dass wir uns regelmäßig treffen? Wie wollen wir eigentlich unsere Werte pflegen? Wie wollen wir das, was wir in so einer Familienverfassung uns alles vornehmen, wie wollen wir denn sicherstellen, dass das alles funktioniert? Und je größer so ein Familienverbund ist und je größer so ein Gesellschafterkreis ist, desto größer wird dann plötzlich so ein Kümmereraufwand. Und das schafft eine Figur alleine meistens nicht mehr, sondern es sei denn, sie macht es Vollzeit. Also es gibt Familien, die engagieren dann eine Person, vielleicht sogar mit einem Sekretariat, das Vollzeit zu machen, aber oftmals machen das mehrere. Die lassen sich dann in einen Familienrat oder Familienausschuss, also die Gremien heißen sehr unterschiedlich, wählen und das ist dann ganz wichtig, wie wählt man denn und wen wählt man denn? Kann man da jemanden wählen, der gar nicht Gesellschafter ist, also zum Beispiel ein Ehepartner oder Lebenspartnerin? Soll da auch welche aus der nächsten Generation vielleicht reingewählt werden? Und dann fängt die Selbstorganisation einer solchen Familie mit einem eigenen Familiengremium auch mit bestimmten Aufgaben eigentlich erst an. Plötzlich wird aus der Unternehmerfamilie eine professionelle Organisation. Sie organisiert sich im Zusammenhaltsmanagement, in der Vorbereitung von Entscheidungen, im Umgang mit Dysfunktionalitäten, mit Konflikten, mit irgendwelchen Befindlichkeiten hat sie ein Gefäß, wo alle diese Fragestellungen, alle diese Dynamiken, die sonst irgendwie so rumwabern und unter Umständen dann plötzlich zu Auseinandersetzungen im Gesellschafterkreis führen können oder in der Geschäftsführungssitzung im schlimmsten Falle, dass die ein Auffangbecken haben und familienseitig aufgefangen und gemanagt werden. Also es macht jetzt keinen Sinn für eine Vater-Mutter-Drei-Kinder-Familie so ein Gremium zu wählen. Da macht es vielleicht Sinn zu sagen, wer kümmert sich ein Stück weit um den Zusammenhalt. Wenn es nicht mehr die Mutter macht, dann macht es vielleicht der Sohn eins oder die Tochter zwei oder was auch immer. Aber wenn die Familie acht, neun, zehn, fünfzehn köpfig groß wird und dann kommen immer mehr Partner und Kinder und so weiter hinzu, dann erkennt man, dass man eine Struktur braucht und diese Struktur muss man dann eben mit entsprechenden Personen füllen. So und plötzlich hat man eben die Notwendigkeit und auch erkannt, dass es ohne ein solches Familiengremium auf Dauer nicht funktionieren wird, weil es muss ja nicht nur Konflikte schlichten, sondern wie gesagt eben auch sich um die Ausbildung kümmern, um bestimmte Zielentwicklungen, wenn man merkt, Mensch, da ist irgendwas in der einen Kernfamilie los, die kommen gar nicht mehr oder die stellen so komische Fragen oder so. Sind sie dabei, jetzt schon ihre Anteile irgendwie verkaufen zu wollen? Und die operativ tätigen Familienmitglieder haben für diese ganzen Befindlichkeiten in der Regel keine Zeit. Oder wenn sie sagen, wir üben diese Rolle aus, dann kommt da meistens was zu kurz, weil die Familienarbeit oftmals in der Priorität hinter den notwendigen Entscheidungen im Unternehmen hinten ansteigt. Ja, genau. Und das alles sichert ja wieder diesen Gedanken der Langfristigkeit und sichert natürlich auch dann vor allen Dingen die Qualität der Gesellschafterentscheidungen. Also wir gehen jetzt ja davon aus, dass ja die meisten Familienmitglieder dann wahrscheinlich auch Gesellschafter und Gesellschafterinnen sind. Und so macht es ja auch Sinn, eine gewisse Professionalisierung hier auch herzustellen und vielleicht einfach auch Themen im Familienkreis zu diskutieren, die für das Unternehmen demnächst relevant werden, sich damit schon mal zu befassen und ja, dann eben hoffentlich wieder für das Unternehmen intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen. Also das ist am Ende des Tages genau der Grund, warum man da investieren sollte in Familienstrategie, aber eben auch in solche Familiengremien. Denn dass man sagt, wir machen da ein Sommerfest und eine lustige Familienfreizeit, das ist nur ein Faktor, der auf Zusammenhalt einzahlt. Aber das, was du gerade ansprichst, ist eigentlich der Punkt. Am Ende des Tages kann ein Familienunternehmen langfristig genau dann überleben, wenn es eine gut funktionierende Eigentümergemeinschaft hat und die setzt sich ja im Kern eben aus Familie zusammen. Also ist das eigentlich die beste Investition, weil so ein Familiengremium kann durchaus, wenn man das mit einem entsprechenden Aufgabenspektrum beauftragt, schon auch ein gewisses Budget brauchen, ja, an Aktivitäten. Ich kenne Familien, die sagen, okay, einer aus dem Gremium sollte schon dann auch eine Konfliktkommunikationsausbildung machen, damit er weiß, ja, wie dann in solchen Situationen umzugehen ist und dass man da eben nicht so dilettantisch, familienhaft reagiert und dann einer Konfliktdynamik da freien Lauf lässt. Also da braucht es dann schon, da braucht es dann schon einiges an Aufwand, wenn man es richtig professionell managen will. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, die lassen sich das auch was kosten, weil sie sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass der Zusammenhalt des Familienkreises, des Eigentümerkreises automatisch passiert, sondern wenn wir das nicht ganz aktiv gestalten und ganz professionell uns darum auch kümmern, dann gefährden wir eigentlich die Zukunft dieser Eigentümerstruktur und damit natürlich auch das Familienunternehmen in seinem Volk bestanden. Ja, genau. Ja, Mensch, spannend. Also Themenfeld 6. Man könnte wahrscheinlich noch lange drüber reden und gleichzeitig habe ich den Eindruck, Themenfeld 7 schließt hier sehr gut an, denn es geht bei diesem Themenfeld 7 um Information, Kommunikation und Verhalten. und da geht es vor allen Dingen auch so um die Fragestellung, wie wird eigentlich zum Beispiel die Unternehmerfamilie über Dinge, die im Unternehmen passieren, informiert? Wie organisiert man das? Oder eben, wie oft kommt man da eigentlich zusammen als Unternehmerfamilie? Also das ist ja eigentlich genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Oder um was geht es dann auch lieber, Thor? Absolut, absolut. Also einmal muss man den Informationskanon mal festlegen. Früher war es ja so, dass die geschäftsführenden Gesellschafter eigentlich kein großes Interesse hatten, dass die nicht operativ tätigen Gesellschafter da allzu viel Informationen erhielten. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Risikoverteilung zu tun. Also wenn ich in einer Kommanditgesellschaft persönlich haftend bin, dann habe ich keine Lust, meine Entscheidung irgendwelchen komplementären Gesellschaftern, Kommanditisten gegenüber zu erläutern. Da muss man immer genau gucken, der Komplementär, also der vollhaftende Gesellschafter hat da schon auch die wesentlichen Rechte und trotzdem muss er seine Miteigentümer informieren. Das war früher immer so das Problem, wie viel muss man und so weiter. Heutzutage ist das eigentlich ein anderes Thema. Heutzutage ist es eigentlich eher so, dass man sagt, wie kriegen wir die Leute durch Informationen interessiert gehalten? Das ist mittlerweile ein ganz neues Thema. Also die Informationen, es ist nicht eher so, dass die sich nicht informiert fühlen, sondern zumindest erlebe ich das häufigst, dass man sagt, ihr macht das schon ganz gut, ihr könnt mir dann ja sagen, wenn ihr mich braucht. Und das ist natürlich gefährlich, weil dann dritten diese nicht informierten Gesellschafter ab. Das heißt, da ist es wichtig, dass man sagt, wir machen hier einmal im Jahr neben der Gesellschafterversammlung, da muss man sowieso informieren und Beschlüsse fassen, aber dass man eine außerordentliche Gesellschafterversammlung macht oder eine Informationsveranstaltung, wo man die Familie über die Geschehnisse informiert, sodass dann auch, wenn irgendwelche kritischen Ereignisse sind, sich eine Krise andeutet oder eine größere Übernahme oder was auch immer das Thema ist, dass die Familie da nicht in Panik gerät, sondern dass sie gut über die Verläufe im Unternehmen informiert ist. Und da gibt es jetzt nämlich eine ganz interessante Entwicklung. Früher war das ja immer das große Thema bei größeren Familienkreisen, oh, das ist so viel Reise und Zeitaufwand und muss das denn alles sein? Und da hat uns jetzt die ganze Informations- und Kommunikationstechnologie einen großen Vorteil beschert, dass man zum Beispiel solche Familien-Zoom-Meetings macht, wo dann einfach die Geschäftsführung, was weiß ich, einmal im Halbjahr, einmal im Quartal, je nach Bedarf und Wunsch, kurz darüber informiert, wo stehen wir, ja, und dann einfach auch Fragen, allgemeine Fragen klärt. Und so bleibt man eigentlich sehr nah dran mit relativ vertretbarem Zeitaufwand. Ja, das kann man am ersten Freitag nach Quartalsabschluss von, was weiß ich, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr machen. Und die Leute fühlen sich gut informiert. Und dazu kommt eben auch, dass man die Familie zum Beispiel über ein eigenes kleines Familien-Intranet auch die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellt. Ja, so dass, das ist per, auf Knopfdruck, per Laptop oder wenn man sogar das in einer App hat, ja, gibt ja durchaus ganz, ganz pfiffige Lösungen da, dass man immer so wie sein Bankauszug in der Familien-App sehen kann, was passiert da gerade in den einzelnen Geschäftsbereichen oder wie sind die Quartalsergebnisse. So, und wenn man den Leuten diese Berichte gut erklärt und das updatet, dann entsteht da oftmals auch ein Interesse, damit umzugehen. Das muss eben einigermaßen barrierefrei sein. Und dazu muss man, werden wir später noch drüber sprechen, natürlich die Leute in eine Gesellschaft der Kompetenz bringen, solche Berichte und solche Reportings verstehen zu können oder auch in solchen Quartals- oder Halbjahresgesprächen einfach hinterher zu kommen. Ganz egal, was die für eine Ausbildung haben. Ja, weil Betriebswirtschaftslehre und diese Zahlen und Entwicklung des Unternehmens, das ist kein Hexenwerk. Ja, das kann man einigermaßen gut erklären und da muss man eben Zeit investieren. Also das ist das Thema Information, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, liebe Leute, wir erwarten von euch Gesellschaftern auch, dass ihr ein gewisses Zeitbudget für solche Themen zur Verfügung stellt. Deshalb ist es ein ganz wichtiger familienstrategischer Punkt, was ist also das Informationsbedürfnis auf der einen Seite, was ist aber auch die Ressourcenbereitschaft in Form von Zeit hier zur Verfügung zu stellen. Ja, also das ist sozusagen etwas, was man in so einer Verfassung dann auch klären muss. Wir sind bereit, so und so viel Zeit für zum Beispiel dieses Thema zur Verfügung zu stellen oder wir machen immer am Wochenende nach der Gesellschafterversammlung ein Familientreffen und da gibt es dann schon irgendwie die Erwartung, auch teilzunehmen, dass wir sozusagen uns auch mal jenseits von irgendwelchen Gesellschafterbeschlüssen vielleicht auch unseren Zusammenhalt pflegen und so weiter und so fort. Kontaktförder, Sympathie, das berühmte Sprichwort. Also das wird da behandelt. Aber natürlich auch die Art der Kommunikation und jetzt kommt ein ganz neues Thema. die Kommunikation findet dann nämlich oftmals nicht nur im Gespräch statt, sondern könnte zum Beispiel auch über E-Mails stattfinden oder über den Kommunikationschat. Ja, also ich kenne Mail-Indo-Familien, die haben wirklich sehr, sehr gute Systeme. Das könnte Microsoft Teams sein oder noch viel elaborierter. Und da kann man natürlich dann plötzlich auch anfangen, sich digital auseinanderzusetzen, wenn man mit irgendwas nicht einig ist. Und da muss man gut gucken, dass man bestimmte kommunikative Spielregeln einführt. Weil wir erleben sehr häufig, dass die Konflikte in Missverständnissen oder Animositäten entstehen. Das kann natürlich im Gespräch passieren, auf irgendeinem Familientreffen oder an einem Telefon. Oder aber, viel gefährlicher, haben wir gerade in der Doktorarbeit zu abgeschlossen, digitale Konflikte. Ja, also wenn man sich sozusagen oder per E-Mail auseinandersetzt, weil da der Unterton nicht klar ist und man kann Aussagen komplett falsch interpretieren und total in den falschen Hals bekommen, was zu einer Mega-Eskalation per E-Mails passiert. Also ich bin selber ein paar Mal in Unternehmerfamilien dann in einem Mail-Verteiler gewesen, wenn sich dann mehrere Familienmitglieder da sozusagen verbal gestritten haben. Und das Schlimme ist ja, dass dann sowas über CC und BCC ganz große Kreische ziehen kann. Und da mussten wir in dieser einen Familie, die ich da vor Augen habe, wirklich Regeln einführen, weil eine Person dann auch immer verbal total entgleist ist und alle anderen dann total betroffen gemacht. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wenn bestimmte Beschimpfungen, Vorwürfe, was auch immer, Entgleisungen passieren, dann blocken wir von der Adresse das einfach weg, weil das hat zu unglaublichen Verletzungen bei den anderen geführt und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht mehr sein. Ja, ich will von der Person gar keine E-Mails mehr lesen. Also das war, da musste man sogar Notfallregeln einführen. Das ist aber ein Extremfall. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich vielleicht auch eine gewisse, wir nennen das Netiquette, im Social Media gibt, aber auch in der Kommunikation, in der digitalen Kommunikation miteinander. Also zum Beispiel, wenn man angeschrieben wird mit der Bitte um Rückmeldung, dass man dann innerhalb von x Tagen sich meldet. Der große Frust ist, ich habe alle Leute angeschrieben und gesagt, liebe Leute, gebt mir eine kürze Rückmeldung für das nächste Programm oder einen Input und ich schreibe 20 Leute an und drei geben mir Antworten. Wie soll ich die Nichtantwort der 17 anderen Familienmitglieder werten? Erstmal ärgere ich mich, weil ich mache mir total viel Arbeit und werte die Nichtantwort als Abwertung, als kein Interesse, als Nichtanerkennung meiner Leistung. Und die anderen sagen, wieso? War doch alles gut? Warum sollte ich da jetzt was sagen? Ich sage doch nur, wenn es mir nicht passt. Also das muss man eben sehr klar irgendwie definieren und schon hat man da relativ schnell Kommunikationsregeln, auch Regeln, wie man mit Problemen umgeht. Also wenn man von irgendetwas genervt ist oder sowas. Das wird dann in dem nächsten Block zum Umgang mit Konflikten, da gibt es noch Konfliktregeln, aber die fußen alle in diesen Kommunikationsregeln. So, das ist das eine. Das andere ist dann natürlich, wenn man solche digitalen Systeme hat, wer managt das eigentlich? Ja, weil mal so ein Teams-Ordner kann man oder ein Teams-Programm kann man einrichten, aber das muss dann auch den Leuten erklärt werden. Da muss man dann auch gucken, dass Privates, die lustigen Fotos vom letzten Familientreffen sollten vielleicht nicht gleich in der gleichen Ordnerstruktur sein, die Berichte oder irgendwelche anderen unternehmensrelevanten Daten. Also da braucht es eine Struktur und das Interessante ist, die meisten Leute haben sowas alles in ihrem beruflichen Umfeld, sind damit total vertraut. Wenn man aber sagt, lass uns mal einen Familien Microsoft 365 oder was auch immer für ein Programm verwenden, dann wird es total schwierig oder auch so eine schnelle Kommunikation und sagen, liebe Leute, wollen wir mal so einen Chat bauen? Ich bin kein großer Freund von jetzt WhatsApp, das machen leider viele, weil das einfach datenmäßig gefährlich ist, da gibt es viel bessere Systeme, die da auch geschützter sind, sodass man sich kurz und knackig per Chat abstimmen kann oder irgendwie sowas oder informieren kann. Im Familienkontext funktioniert das deutlich viel schwieriger als im Businesskontext, weil man es in der Familie nicht gewohnt ist, sich da zu organisieren und dann bestimmte Regeln zu halten, weil man da einfach im Familienmodus ist. Also, es klingt so harmlos, dieses Thema Kommunikation. Nee, gar nicht. Hochrelevantes Thema, ja. Und wie gesagt, eben auch Verhalten, wenn wir sagen, kass mal auf, wir stellen uns da nicht vor Dritten bloß oder wir machen das nicht, wenn wir uns hier nicht einer Meinung sind, dann gehen wir damit bitte so und so und so und so um. Also, das sind sozusagen so Grundregeln. Ja. Das ist ja so, dass für viele Familien das wahrscheinlich auch schmerzhaft ist, in so einen Prozess reinzugehen. Weil, ich meine, es ist ja auch, Familie ist ja sozusagen auch ein Erholungsort vom Leben da draußen oder von diesem, ne, so, die, also, die Frage ist ja, was ist hier mit Entgrenzung von Arbeit und Privatem? Was macht das auch mit den Leuten? Ja. Und natürlich, bei aller Professionalisierung, natürlich kann man viele Strategien nutzen, zu sagen, wer redet jetzt hier gerade mit wem? Oder, ne, wie viel Familiarität ist denn jetzt hier heute erlaubt? Und wie organisiert sind wir denn heute? Und gibt es auch noch Orte und Treffen, wo wir dann einfach mal uns unprofessionell verhalten dürfen? Und das ist ja alles gar nicht so ohne, ne? Ja, also, das ist natürlich eins der Kernprobleme, gerade wenn man so eine enge Familienbande hat, ne? Familie ist ja auch sozusagen die emotionale Fitnesswerkstatt, hat der Fritz Simon das immer bezeichnet. Und da ist natürlich auch was dran, ne? Und gleichzeitig muss man eben gucken, bin ich jetzt rein im Familienmodus unterwegs, dann kann ich mich da auch mal gehen lassen und enthemmte Kommunikation stattfinden lassen. Das darf aber im Kontext der Unternehmerfamilie eben nicht passieren. Da muss man eben sehr genau sagen, pass auf, Leute, wenn wir jetzt hier rein Familienthematik haben, in Ordnung, aber als Unternehmerfamilie, und das ist eben eine der Zumutungen an die Person, dass es irgendwann eben nicht enthemmt weitergehen kann und man kann nicht rumschmollen und sagen, ich will jetzt aber mein Abendbrot, ja, das funktioniert nicht, ja, im Kontext der Unternehmerfamilie. Da muss man sagen, stopp, ja, quengeln und rumschmollen und so weiter hat hier keinen Platz, weil wir eine professionelle Eigentümergemeinschaft sind. Und das auszubalancierge, da muss man eben sehr klar sagen, wo findet etwas statt. Ich kenne auch Familien, die sagen, okay, wir machen aber auch ein Familientreffen, wo alles sein darf und das Familienunternehmen keinen Platz hat. Da darf alles an Familie sein und wir haben nur Spaß und wir streiten uns hin nach Herzenslust und was auch immer. Wir sind da richtig Familie und da gibt es wie bei so einem Supermarkt, da gibt es ja diese Schilder, du musst leider draußen bleiben mit so einem Hundekonterfei und da sagen die, Firmenthemen haben hier nichts verloren und wir sind hier nur Familie, damit wir auch mal das noch explizit vorkommen lassen können. Also das ist ganz wichtig und das muss dann in diesen Kommunikationsverhaltenregeln und Verhaltensregeln einfach definiert sein, damit man da einfach auch Grenzen ziehen kann und sagen kann, das eine findet da statt und das andere findet da statt. Das ist eines der schwierigsten Dinge, aber es hilft, sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, okay, dann gibt es eben kommunikative Räume. Also ich habe mit Familien gearbeitet, die kommen selten zusammen und dann haben wir gesagt, ja, wann wollen wir denn an diesen familienstrategischen Themen arbeiten? Dann haben sie gesagt, naja, ihr fahrt doch immer zwei Wochen in Weihnachtsurlaub. Dann nehmt euch doch da einen Tag raus und arbeitet dort an euren familienstrategischen Fragen und dann saßen die da irgendwo in Afrika auf irgendeiner Safari, ja, und haben sich einen Tag rausgezogen und familienstrategisch gearbeitet mit einer klaren Agenda, ja, und der Tag war dann kein Urlaubstag, sondern war dann ein Unternehmerfamilienarbeitstag. Das Umfeld war vielleicht lustig, ja, oder schön oder atypisch, aber da haben die richtig von morgens neun bis abends 18 Uhr hart gearbeitet und sind erst am nächsten Tag wieder Safarige. Also, will sagen, da muss man eben die Kontexte definieren. Ja, und schon wieder kommen wir eigentlich wieder dahin zu sagen, Eigentum verpflichtet. Also, das sind ja auch Sachen, wo andere vielleicht sagen, um Gottes Willen, da hätte ich überhaupt keine Lust zu, da mitten in meinem Urlaub auf Safari sowas zu machen und die anderen sagen, ja doch, das ist die besondere Würze meines Lebens, dass ich eben immer diese besonderen Kontexte haben habe, aber man sucht es sich eben nicht aus. in dem Fall. Dann würde man sagen, wer finanziert eigentlich am Ende diesen exklusiven Urlaub, weil ich höre, genau das höre ich dann auch aus der Familie, muss man immer sagen, ja, aber wenn du dauerhaft in der Lage sein möchtest, dir solche Urlaube leisten zu können, die meisten generieren ja das Geld von ihrem Familienunternehmen, so etwas zu tun, das sollte jetzt nicht die einzige Motivation sein, aber zu glauben, dass man eben nicht auch einen Beitrag zum Gelingen leisten muss, ja, ist natürlich absurd, also von daher, und oftmals gibt es auch ein Verständnis und sagen, naja, wir bekommen so viel, wo geben wir eigentlich etwas und das ist oftmals dann auch der Punkt, wo alle sagen, stimmt, ja, und das kann ein erster Beitrag des Zurückgebens sein, dass wir bereit sind, hier private Zeit, private Energie in eine Professionalisierung zu investieren. Ja, also vielen Dank für heute, lieber Tom, ich muss nur immer wieder feststellen, also es ist ja nicht ohne Grund so, dass du jetzt hier schon so häufig zu Gast warst, weil es ist einfach so toll mit dir, man drückt so auf den Knopf und du erzählst, und es ist alles so spannend und so interessant und ich weiß von den Hörern und Hörerinnen, die finden das auch und deswegen machen wir natürlich noch weiter und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Thema Krisenprävention und Konfliktmanagement und das bahnt sich ja hier auch schon an in all dem, was wir hier gerade besprochen haben, dass natürlich das nicht immer für alle gleichermaßen selbstverständlich alles ist und dass es da auch schon ganz schön knallen kann und zur Sache geht und darauf freue ich mich dann auch schon beim nächsten Mal, lieber Tom. Ja, das wird eines der ganz spannenden Themen, keine Familienstrategie ohne eine Diskussion zum Umgang mit Konflikten und Krisen, sonst ist es eine Blümchenverfassung und Strategie und meistens nicht nachhaltig brauchbar, also von daher können wir nur hoffen, dass die Hörerinnen und Hörer sich danach den Podcast dann auch zu gemütisch. Man bedenkt. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.